Hi Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video und einem neuen Teil. Jetzt haltet euch fest, der Moment ist gekommen. MM2! Ich hab das euch nämlich so oft gewünscht, dass ich mir dachte, okay, das muss ich wieder spielen, aber ich garantiere euch eins, ich bin schlecht. Okay? Ich bin ein völliger Noob und ich hab's seit dem letzten Mal, glaub ich, gar nicht mehr gespielt. Shame on me! Es erklärt sich von selbst, warum ich schlecht bin. Aber lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich sowas öfters mit euch spielen soll, damit ihr euch kaputt lachen könnt und damit ich mich vielleicht verbessern kann, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid. Spielt hier gerne MM2 oder seid ihr auch ein völliger Noob drin, schreibt mir gerne in die Kommentare. Habt ihr Tipps für mich? Dann immer her damit und ja, ich würde sagen, let's go! Okay, ich werde so grottig sein, das weiß ich einfach, aber so viele haben es sich gewünscht. Es werden wahrscheinlich so viele von Team Becky dabei sein. Okay, was gibt es hier so Neues? Gibt es irgendwas Cooles? Wow! Habe ich irgendwie was verbunden? Das hätte ich gerne. Uh, Herze hätte ich gerne. Sind da gute Godleaves dabei? Ich weiß es gar nicht. Uh, ich liebe das hier! Welche ist gut? Die hier besser, die sieht irgendwie cooler aus. Auspacken? Okay. Was kriegen wir dabei raus? Warte, es geht los! Äh, okay. Dankeschön, ist das gut gewesen? Ich weiß es nicht. Äh, was ist los hier? Ich habe gar keine Chance! Alter, habt ihr gesehen, was sie hat? Ist das mein? Hä? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas hatte. Habe ich das von euch bekommen? Ich bin Sheriff. Ich bin ein Sheriff! Oh mein Gott, was soll ich tun? Was soll ich... Ich bin überfordert. Leute, ich bin überfordert. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich mich verstecken? Äh! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich höre jemanden. Oh mein Gott. Ich muss so unscheinbar wie möglich tun. Vielleicht warte ich hier, bis die runterkommt. Unschuldig! Nein! Ich wollte das doch nicht sein. Okay, ähm... Wo kann ich mich verstecken? Ich möchte mich gerne verstecken. Wo mich keiner liegt. Hier hinten? Alter, man sieht meinen fetten Hund. Ich hätte den Hund nicht nehmen sollen. Oh, ich höre schon fast. Ah! Ah, ich kann was! Warte, hier sind Münzen. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Ah! Lass mich... Ah, Bruder! Alter, mal, was war das denn? Warum hast du mich gerufen? Du Verräterin! Nein! Ich wollte nicht so schnell oben warten. Okay, wir machen mal den Hund hier weg. Auch wenn er süß ist. Aber ich möchte keinen. Ich möchte kein Haustier. Okay, nehmen wir auch nicht. So, und jetzt nehmen wir diesmal das hier. Weil das sieht so übelst nice aus. Und mein Lebkuchending da. Sieht auch cool aus, so bunt. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber wow! Guckt euch das an. Passt zu meinem Pulli! Ich kann mich nicht verstecken, Mann! Alter, warum bin ich hier im YouTube-Büro? Das ist doch extra. Obwohl hier hinter... Das ist kein gutes Versteck. Aber halt, ob jemand hier reinkommt. Ich höre was. Ich höre was. Der Sheriff ist, glaube ich, auch da. Alter, wie stumpf ich hier einfach nur bin. Aber... Ich habe Angst, rauszugehen. Sieg! Oh mein Gott! Ich habe einfach nichts getan! Ich habe nichts getan. Aber ich habe überlebt. Seid bitte stolz auf mich! Oh, verdammt! Warum bin ich schon wieder so etwas Lackweiliges? Wo gehen wir hin? Diesmal laufen wir rum, Leute. Wir riskieren alles. Aber wir können ja eh nichts machen. Alter, aber unschuldig ist so langweilig. Ich will nicht nur unschuldig sein. Also... Bruder! Was war das hier? Oh mein Gott, gar nicht gut. Bin ich hier sicher? Ich höre irgendwie, dauert was. Ich glaube, ich bin hier nicht sicher. Okay, wir laufen hier runter. Hauptsache, ich werde nicht gefunden. Was ist hier los? Oh, warte. Da können wir rein? Das ist ja nice, Leute. Ich bin hier in irgendeinem Fischsteck. Ich glaube, hier sind wir sicher. Aber ich weiß nicht. Es sieht nicht so sicher aus. Hier liegen Sachen rum. Warum ist der weggegangen? Warum bin ich jetzt alleine? Hier muss ich mir Sorgen machen. Oh! Sieg! Ja! Aber ich möchte gerne der Böse sein. Auch wenn es chaotisch wird. Und, 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 und. Was werde ich? Oh ne, ich schuld wieder! Mann! Ich kriege schon Aggressionen hier. Warum bin ich schon wieder unschuldig? Das ist langweilig. Was soll ich damit machen? Einfach nur abhängen? Ja, ich kann Münzen sammeln. Diesmal riskiere ich alles. Ich verstecke mich diese Runde nicht. Ist sie böse? Sie ist böse, aber sie tut mir... Oh! Nix. Dankeschön! Team Becky steht auf jeden Fall nicht hinter mir. Danke! Danke! Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wer du bist. Sie hat eine Fanpage für mich. Ich wurde hintergangen. Ich will mich so hintergangen. Ja, nix ist ein guter Game. Wir sind Verlierer. Nee. Wir können in der Ecke heulen. Alle stellen sich irgendwie auf meine Seite. Leute, entscheidet doch selber gerne. Ich habe keine Ahnung. Oh Mann, ist schon wieder! Aber meine Chance steigert sich langsam. 13% schon. Alter, warum bin ich in der Waschküche? Kann ich mich da drin verstecken? Gibt es irgendwelche Geheimgänge? Zum Glück habe ich nicht mehr meinen fetten Bernhard-Bär. Toll, im Busch kann ich mich nicht verstecken. Alle sehen so unschuldig aus, Mann. Woher soll ich wissen, wer der Böse ist? Warte, kann ich mich in der Toilette verstecken? Ich habe was gehört. Ich habe Angst. Nicht alle hier rein, Mann! Geh weg hier! Oh mein Gott! Die ist böse! Die ist... Ah! Mann! Mann, ich habe keine Schockse! Was war das? So gemein! Ich mag MM2 nicht. Ich bin beleidigt. Ich treffe hier nur Verräter. Ich werde nichts anderes, außer unschuldig. Und ich bin schlecht. Ich bin so schlecht. Ihr guckt mich nicht so an. Ich werde jetzt gleich in die Ecke gehen und weinen. Wenn ich jetzt nichts anderes werde, außer unschuldig, ja, dann dreh ich durch. Ich werde rachenehm. Nein! Nein! Ich habe keine Lust mehr! Nein! Ja, ich soll schön YouTube-Videos drehen in meinem Greenscreen-Zimmer, ja. Und deswegen werde ich auch immer unschuldig. Wozu habe ich die neißen Sachen hier? Was das? Wisst ihr was? Ich opfer mich jetzt. Ich opfer mich. Es ist mir egal. Macht mit mir, was ihr wollt. Ist mir egal. Ich habe die Schnauze voll. Ich bin immer nur unschuldig. Äh, wer ist er denn hier? Warum chillt der da? Kann ich da rein? Nee, irgendwie nicht. Ich verstecke mich jetzt hier hinter der Säule, in der Hoffnung, dass mich keiner entdeckt. Ja, geh bitte weg. Du bist so auffällig. Geh weg. Guck mich nicht so an. Ich existiere nicht. Geh weg. Okay, so geht's auch. Wir stapeln. Leute, wir stapeln den Kopf. Oh, sie tanzt auf meinen Kopf. Äh, ich höre gruselige Gereiche, Leute. Da kommt man doch niemals drauf, oder? Wer ist der? Da hinten geht irgendwas ab. No way. Was ist das? Hier kommt man doch niemals drauf. Das ist das ultimative Versteck, weil es einfach offensichtlich ist. Obwohl da rechts hinten könnte man sich auch verstecken. Bleib auf meinem Kopf. Okay, danke schön. Das ist die nutzloseste Runde ever. Ich mach einfach gar nichts. Eigentlich würde ich gerne die Münzen hier aufsammeln. Aber sie chillt da oben ihr Leben und tanzt einfach auf meinem Kopf. Alter, ja. So seh ich auch aus. Ich seh nur noch den gelben Noob da hinten. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, 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 oh. Ah! Eif! Oh, das war eiskalt. Mann, und ich dachte, mein Versteck wäre genial. Nein! Hat er nicht getanzt. Der hat einfach alle fertig gemacht. Nicht sein Ernst. Oh, sie war Sheriff. Oh nein, Leute. Und sie hat auch noch mit meinem Kopf getanzt. Sie hätte auch ruhig weitertanzen können. Verdammt, ich wusste es nicht. Ich hab Chat leider aus, weil sonst entstehen so viele Bubbles in sich. Gar nichts mehr am Ende. Ähm, aber, oh, sad. Okay, jetzt aber. Es wird die letzte Runde sein. Oh, das hat Glück gebracht. Oh mein Gott! Ich tue erst so, als sei ich mit euch befreundet. Wo ist der Sheriff? Wer soll bitte mir fernbleiben? Ist das überhaupt so gut? Äh, dann erst. Ne, ich muss ablenken, Leute. Ich muss ablenken. Ich muss mich unschuldig verhalten. Ah, ich hab nur drei Minuten Zeit. Sie Sheriff, ich weiß es nicht. Wie kann ich mich nicht auffällig verhalten? Weiß es nicht. Ich glaub, ich versteck mich lieber irgendwo. Tu so. Warte. Okay. Ah! Tut mir leid. Ich bleib einfach hier. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ist das schlau, hier zu bleiben? Oh. Sorry. Ich glaub, jetzt wissen's aber alle. Wo ist der Sheriff? Ich hab Angst. Soll ich jetzt einfach da reinlaufen? Ich mach euch alle fertig. Ich komme. Ich komme, Leute. Ich komme. Ich mach euch alle. Rennt. Rent, solange ihr könnt. Die verrückte Becky ist am Start. Alter, ich treff nur nicht mal. Also die sind auf jeden Fall nicht Sheriff. Rennt ruhig. Rennt ruhig. Ich komme. Ich komme. Kann man das auch werfen, Leute? Ich weiß es gar nicht. Warum seid ihr so still, Mann? Nein. Warum seid ihr so gut? Ah, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Wie ich mir einfach hier Leute rauspicke, es tut mir leid. Warum liegen so Klötze rum, Mann? Was ist das hier für ein Müll? Jammern. Alter, wie das hier aussieht. Alter. Das hüpft doch nicht. 18 Sekunden, 18 Sekunden. Wer war eigentlich Sheriff? Sie hörs. Sie würde mich doch fertig machen, oder? Hä? Wo ist sie hin? Hä? Wie kann sie weg sein? Digga, ich hab einen Moment nicht hingeguckt. Und dann ist sie weg. Wer war Sheriff? Wer war... Bacon war Sheriff. Und die andere ist einfach verschwunden. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hab ich ihr gesagt, wenn ich es werde, dann wird das die letzte Runde sein, Leute. Auf jeden Fall hat's mega Spaß gemacht. Ich muss aber erstmal wieder reinkommen, weil Leute, ich bin einfach schlecht. Aber ihr könnt mal gerne bewerten, wie gut ich mich geschlagen habe, okay? Ey, seid aber ein bisschen nett zu mir, okay? Bitte, bitte, bitte. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns einfach in meinem nächsten Video. Und ja, lasst mich wissen, ob ich das öfters mit euch spielen soll. Und bis dahin, ich hab euch so sehr lieb. Bye!